Der Goldene Spatz Du liebst Serien, Filme, Games und surfst gern im Internet? Dann solltest du entscheiden, wer einen Goldenen Spatz gewinnt. Mit anderen zusammen Filme schauen und Medien testen. Neue Freunde finden. Zusammen im Hotel übernachten. Und bei der großen Preisverleihung die Spatzen übergeben. Alter? Wohnort? Passt? Dann bewirb dich hier als Mitglied der Kinderjury beim Goldenen Spatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017